willkommen zurück zu einer weiteren runde fallout 76 wo meine kollegen noch nicht da sind ich bin alleine hier ich mache es alleine ihr könnt mich nicht aufhalten ihr seid heute nicht wirklich ja ich wollte gerade sagen ist eine laune oder in stimmung oder so muss ich euch erst wieder ein bisschen stimmung eintrichtern hat geht ja mal gar nicht hier war sie schon wieder halb im land der träume nur so halb ganz wer ist rausgeflogen ich das mit denen mit der karte krisse aber diesmal hin war sie oder hat es dir gemerkt das ist kriegt mich nicht leer wie du kriegst dich nicht leer ich bleibe immer so knapp bei 400 ertrag lasst hast du vielleicht raketen bei energiemunition du läufst ja auch mit batterien enthalten turmraketen kronaten irgendwelche erze ich habe dir immer vorsichtshalber bei karlator und so was ja du sollst ja nicht übertreiben mit ausrüstung mausi dann leg den karlator ab das wird sonst zu schwer macht es auch nicht fett irgendwas macht mich richtig schwer ich habe keine ahnung was schießpulver zu viel fressen vergammeltes fressen vielleicht noch ein bisschen zu viel schrott schrott nicht klein gemacht habe ich schon klein gemacht was auch in die kiste geschmissen ja mal eine rüstungsteile oder was hättest du nicht legendäre rüstung gesehen auch nicht zusätzliche sicherheit erforderlich auch im munitionsort vielleicht viel kann ja auch sein ja davon habe ich zurzeit viel ja hast du deine gleisbolzen da leg die doch mal ins lager vielleicht sind die zu viel oder schmeiß sie weg fusionszellen waren für was nochmal fusionszellen ist für dein tesla gewehr dann kann ich die erstmal ablesen ne ja aber die bringen eigentlich nicht so viel weil du hast batterien enthalten stimmt das heißt die wiegen bei dir im inventar weniger hat so irgendwas antrag was nicht drin was du willst wüsste ich jetzt nicht was genau könnte vielleicht höchstens to think hatten wir raus gemacht für schleichen weil seit mehr auf schleichen gehen wollte ja das könnte so sein komm mal zu dir schatz ich will dir mal gucken was äh was zeigen äh ich bin schon im in der nuke drinnen ne also ich mach hier schon ja ja alles gut ja 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 das ist Aber bitte setzt du wenigstens mal eine Bombe richtig wieder Kann ich denn gerne machen? Mal jetzt hier nur aufpassen Ich hab grad schon nen Reaktor Das ist nur ne Scheibe Ja Ok jetzt kann ich Jetzt wollen wir hier einmal die Skills auswechseln Wo haben wir hier hin? Profi Und Meister So Die Tür ist off Dann wieder wechseln Und Grenadier rein Na eigentlich könnte ich ja So Ach halt Ja Der muss ja jetzt trotzdem erstmal wieder raus Jetzt war ja die Hacker So Einmal hacken Einmal hacken Wo ich bin Wie bitte? Rüben liegt so ne Korte Hier aufm Tisch Ach Dankeschön So Das hat schon mal geklappt Also ihre Reaktortürinnen sind jetzt offen Oh So Also zum Scannen ist hier Mit den Röhren Nicht-automisierte Personen in Betriebszentrale entdeckt Aktivieren ein Zentralrechner Protokoll Omega 12 Andersgedoppte Personal Verteidigen Sie den Zentralrechner Und sichern Sie den Bereich Zentralrechner Integrität bei 100% Montiere Verstöpfungen So Da ist auch kein Fenster drin Oh Oh noch von hinten Na komm um die Ecke Ach wie ich die Körne Gatzes überhaupt nicht mag Schließe ich mich an Die halten mir zu viel aus Na aushalten tun sie jetzt nicht so viel Die machen halt nur scheiße Schweine Aua Das auch So Hier hinten noch mal ein paar Kerne zerstören Gehen jetzt hinten durch Oh ne hier waren ja noch welche So So Bin unter wenigst Na fehlt nicht mehr viel Geht heute relativ zügig So Stufe 3 Sicherheitsereignis Entgangen Hier muss ich noch ein Krasse Kreuz Oh Laufen Oh Hä? Wer hat mich denn jetzt gehauen Schafft ihrs? Schafft ihrs? Ja Also ich schon Ich muss gerade im Moment die Waffen nachladen mit Lema Ist das zu? Schafft ihrs? Ja Also ich schon Ich muss gerade im Moment die Waffen nachladen mit Lema ist das zu Ich hab bald alle Kerne kaputt Ich hab bald alle Kerne kaputt Ich mach das jetzt gerade schön per Hand Ja damit ihr ein bisschen mehr Zeit habt Ich bin zwar auch überall drauf schießen Aber Zentralrechner Integrität beeinträchtigt Beende Sicherheitsprotokoll Technikverteam Änden die Schülung in der Aptung in der Entriegezentrale Ach man oh man Na nun hör mal auf zu lasern du Laser Och doch So Am liebsten würde ich jetzt schreien Warum? Wenn mal der Colonel Gatsi gerade auf den Sack ging Och ich möchte jetzt nicht den Zuschauern die Ohren wegfliegen lassen Also nicht dein Kriegsschrei ne? Ne Wie so ne Amazone so Woaaah Er herrscht mich grad bitte Och stürfen hast du Da hab ich mir gerade bei dem Gatsi auch gedacht Stirb So Du hattest jetzt alle Kerne ne Großer? Mhm Ich bin schon hinten im Kernraum Alter was ist das denn jetzt? Was bin ich denn jetzt? Hä? Oh wow Ich war schon in den Raum und bin wieder rausgegangen Das ist ja nicht so cool Das ist ja nicht so cool Ach hier ist ja wieder Glas drin Mh 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 Soll ich hier abholen Soll ich hier abholen? Ich hab aber kein Fahrtitel Was hast du nicht? Fahrschein Fahrschein? Du brauchst keinen Fahrschein wenn ich nicht hier abholen komm Echt nicht? Echt nicht? Ja ist doch schön Mh 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 Glaub ich lauf grad zurück Warte Bleib mal da vor der Tür stehen Ah Guck mal hier Hallo Abkürzung Danke Vielen Dank Ich weiß grad nicht wo ich bin Hilfe Da Ja das ist hier der Lagerraum Und von Lagerraum aus kannst du hier eine Abkürzung schaffen Von der anderen Seite geht's leider nicht Habt ihr hier auch so einen Sound Bug? Ja das ist der Wachhaut Genau Das ist der Wachhaut gesichert Ja komm ich kann mir eigentlich noch ein paar Kerne mitnehmen Ah Der ziehs Mh Das ist der Wachhaut Das ist der Wachhaut Ich darf aber nicht kann ich dir ja kurz zeigen was ich zeigen ja doch doch geht jetzt langsam ja das dauert ein bisschen wenn schon in der zukunft aber meine taten kommen ja später diese soundbuck nervt da gebe ich dir recht kaliber 50 ball was ist damit brauche ich das ja das ist für dein schwach für deine expo schwarzpulver pistole ach so ja stimmt mal was trinken darf man nicht laut den hier irgendwie falsch drin gerade das handgefertigte so little foods an schaden technisch 130 gehen plan was aller ersetzt jetzt an die die kommen ja jetzt erst kommen so nach und nach das ist egal ob ich brauche zu machen wir können keine pause machen das dauert noch das arbeitet von selbst hat ja geklappt backen der fliege hier warum mache ich eigentlich hier mein fahrbinder besser nicht mehr drin ich könnte ja noch mal kurz ja ich habe noch von patrick gestrigen cranberry saft doch wort rumliegen du auch bin umgestiegen auf kuchen auf den köln und was dann machen wir doch jetzt schon das futter so jetzt aber ich leite den start ein so auch nicht übersicht soll doch mal lesen da einleiten hey der soundpack hat aufgehört da kommt der kleine wichtel das ist doch coolste ja irgendwie schon da hoppala doch denkt man schon wieder bestimmt drinnen diese bauersatz ist der kaputt gegangen warum was labert die denn das schon wieder für käse stand hier oben die ganze zeit da kam nichts achten agressiv aktiv aktiv Ich glaube, ich baue das Ding die Nächste auf. Oh, falsch ab. Auf Automatikum. Du hast ja gehackt. Ne, die Waffe. Die Waffe. Das ist ein ganz einfaches handgefertigtes, aber auf Automatik wird es jetzt denke ich mal schöner spielen. Es geht zwar jetzt, aber ich habe halt noch nicht die Automatik genutzt dafür. Passt mir was übrig. Ja, das musst du Mausi sagen, die rotzt da alles weg. Nein, du hast ja auch nur das fette 50-Kaliber-Explosionsgewehr in der Hand. Und, und. Und, und. Ja, ja. Schon klar. Nee, habe ich nicht. Ich habe nur meinen Western gewollt. Ja, mit dem schießt du auch so schnell. Alles klar Maus. Alles klar Maus. Ach Mensch, das ist doch noch eh noch was wir brauchen, die ich gerade kaputt mache. Oh, es ist so schön. Oh, es ist so schön. Nein, schafft das ja. Na komm, lad nach. Das ist Mistvieh. Ist das abgehauen? Das geht ja mal gar nicht. Hinter dir Patrick. Kannst gleich wieder reingehen. Bei allem die komischen Robohörner, die geben immer EP. Egal, die müssen trotzdem weg gemacht werden. Ja, ne, ist aber irgendwie so lustig. Achtung, jetzt rast du dran. Wer will fliehen? So. Start vorbereitet und abgeschafft. Alle Systeme... Yay! Fertig. So. Da ich jetzt gleich noch das Ding googeln muss, den Code hier für heute, machen wir jetzt hier erstmal nochmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.